Ich möchte dir ein Bild weitergeben, einen Eindruck, den ich hatte, eine Vision. Ich wachte nachts auf und befand mich in einer völlig pechschwarzen Umgebung. Vor mir sah ich in einiger Entfernung beängstigende, rote, hochauflodernde Flammen. Es war wie eine Feuerwand, haushoch und hinter mir war es pechschwarz, schwarz wie ein Sack. Und ich brauchte einige Zeit, bis ich mich orientieren konnte, denn hinter den Flammen bemerkte ich, dass ein Lichtstrahl empor kam, von unten. Und die Flammen bildeten einen großen Kreis, nach meinem Empfindung mehrere Kilometer breit, und verzehrten immer mehr von der Masse, auf der ich mich da befand und bildeten diesen großen Kreis. Ich stand auf etwas, was war so etwas wabbelig, wie wenn man auf Moor oder Sumpf sich befindet, und war nachgiebig und ich brauchte einige Zeit, bis ich mich orientieren konnte und verstand, was das war. Ich befand mich auf einer Wolke von sündhaften Taten. Es war eine Wolke zwischen Himmel und Erde. Es war ein Gespinst aus sündigen Taten. Du kannst es dir so vorstellen. Wann immer eine Sünde getan wird in einem Land, ist es wie ein Faden, wie eine Schnur, die darüber gespannt wird. Ganz dünn, völlig unscheinbar als Einzelnes. Aber im Laufe von Jahrhunderten hatten sich Myriaden von unterschiedlichsten Taten dort verwoben und waren zu einer völlig undurchdringlichen schwarzen Decke, einer Wolke geworden, die wie ein Filz verwoben war aus unzähligen schwarzen Schnüren und Seilen und Gabeln und Tauen. Manche Haar fein, manche dick wie Schiffstaufe, die ein Gespinst bildeten, was völlig undurchdringbar war. Es ist etwas, was den Menschen vom Himmel trennt, was die Erde, das Land vom Himmel trennt. Denn eine Sünde ist immer Barriere zu Gott, Trennung zu Gott. Und du kannst es dir so vorstellen wie eine Spinne, die ihr Opfer einwebt mit einem Faden. Ja, der Faden ist ganz dünn, aber immer und immer und immer wieder bildet sie dann einen schier undurchdringlichen Kokon. Und so ähnlich war das auch hier. Die sündhaften Taten der Jahrhunderte hatten eine schier unüberwindliche, wabbelige, klebrige, filzige Masse gebildet. Und ich hatte so den Eindruck, dass die um die 100 Meter stark gewesen sein muss. Und diese Flammen nun, die brannten dort ein Loch hinein. Und was interessant war, war, dass das Licht von unten, von der Erde her, einen sanften Lichtstrahl nach oben sandte durch diese kreisrunde Öffnung und das öffnete sich wie ein Lichtkegel nach oben in den schwarzen Himmel hinein. Und ich habe dann in der Bibel geforscht, wo ich so etwas finden kann. Und tatsächlich, es gibt einige Bibelstellen, die uns etwas Ähnliches sagen. Da heißt es beispielsweise zum Ende vom Jesaja Kapitel 8, Anfang Kapitel 9, Oder im zweiten Korintherbrief heißt es, Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Christi im Angesicht. Jesu Christi. Und ich bin begeistert von einem solchen Bild, weil ich glaube, dass die Decke, die das Wirken Gottes abhält, über Europa, über Deutschland, über Österreich, das Schweiz, dass die weggenommen wird, dass da ein Loch hineingebrannt wird, dass der Himmel sich öffnet, immer mehr, dass dieses Feuer verzehrte immer mehr von dieser schwarzen Masse. Und ich achtete auch auf das Geräusch des Feuers. Natürlich war es ein Prasseln und wie eben ein Feuer Geräusche von sich gibt, aber ich achtete darauf und ich hörte, wie diese Seile und Schnüre und Taue vergingen und das war wie so ein Zischen. Und ich hörte auch, dass dabei Geräusche wie von Befreiung waren, wie ein Aufatmen, wenn man eine schwere Last genommen bekommt, wie ein Aufatmen, wenn man von einer schweren Krankheit freigesetzt wird. Es waren Geräusche des Aufatmens, der Erleichterung, der Befreiung. Und ich dachte mir, das ist tatsächlich interessant. Die Bindungen, also einfach Schnüre, Fesseln, Seile werden weggenommen und Menschen werden frei. Und ich glaube, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Gott mehr für uns alle hat, wie wir uns ausstrecken und sehen nach dem, was Gott seine Herrlichkeit auf dieser Erde offenbar machen wird. Ich glaube, dass der Himmel dabei ist, sich zu öffnen über uns und dass Gott viel mehr für uns hat. Und ich glaube, dass er auch mehr für dich hat. Und ich glaube, dass der Himmel dabei ist,